Wie gesagt, wir sind zu Gast in Hessen, deswegen gerne meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Schäfer. Es ist ein großes Thema. Wo soll man denn hier anfangen? Welche Themen dringen sich uns genau auf und wie können Sie das angehen in einem Bundesland? Wie stellen Sie Prioritäten? An den unterschiedlichsten Stellen, natürlich in der Frage von inhaltlicher Politikgestaltung, in der Frage möglichst gute Beiträge dafür zu leisten, dass sich der Beitrag, den eine öffentliche Körperschaft bei den CO2-Emissionen tätigt, in überschaubaren Grenzen hält. Wir haben den CO2-Ausstoß unserer Verwaltungstätigkeit in den letzten zehn Jahren schlicht halbiert. Wir haben damit begonnen schon vor zehn Jahren, als das Thema noch nicht so dynamisch in aller Munde war. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, wir sind heute bei der Finanzmarktkonferenz, natürlich auch in besonderer Weise bei den Punkten, wo wir als Kapitalmarktteilnehmer eine Rolle spielen. Wir sind bei der Anlage unserer Rücklagen für die Pensionen und Beihilfen dort jedenfalls sehr früh, sehr vorbildhaft auf nachhaltige Kriterien setzend. Wir gehören ja zu dem Club der vier Bundesländer, die sich da zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen nach einem gemeinsamen Kriterienkatalog nachhaltig anlegen, um dort auch ein Zeichen zu setzen als ein Player am Kapitalmarkt. Und nun sind Sie in dieser Gruppe zu viert. Sie sagten es in der Tat, von diesen vier Bundesländern sind da drei jetzt zugegen. Vielleicht können Sie erklären, was machen Sie denn dort genau, Frau Sitzmann? Ja, also uns ging es natürlich von Anfang an darum, dass nachhaltige Finanzpolitik sich natürlich auf die Haushaltspolitik bezieht, aber auch auf Klimaschutz in landeseigenen Liegenschaften, aber eben auch darum, dass wir mit unseren Rücklagen, die wir für Pensionen von zukünftigen Versorgungsempfängern haben, dass wir diese Rücklagen auch so anlegen, dass sie eben Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Wir haben dann 2017 begonnen, unsere Versorgungsrücklage nach nachhaltigen Kriterien anzulegen. Das war nicht ganz einfach, weil natürlich diejenigen, die in Zukunft ihre Pension bekommen sollen und wollen, den Anspruch haben, dass es auch rentable Anlagen sind. Wenn man dann Kriterien festlegt und es ein neuer Weg ist, muss man auch einige Bedenken mit berücksichtigen. Und dann sind natürlich auch immer Standortfragen entscheidend. Könnte es dem Standort einzelnen Unternehmen schaden. Also das war bei uns der erste Schritt. Und der weitere war jetzt eben, dass wir gemeinsam mit den genannten Bundesländern, mit dem Kollegen Schäfer und dem Kollegen Lienenkämper, einen weiteren Nachhaltigkeitsschub hoffentlich und mit einem guten Beispiel leisten können. Und da merkt man schon, jetzt müssen noch mal etwas mehr Interessen unter einen Hut gebracht werden. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, damit ein gutes Signal zu setzen. Jetzt sind wir schon mal vier. Und wir hoffen natürlich, dass auch weitere Bundesländer mit dazukommen und unserem Beispiel folgen werden. Und Sie nennen mehrere Bundesländer, die Ihrem Beispiel folgen können. Die eine Sache sind natürlich nachhaltige Geldanlagen. Ich denke, mein Vater würde sich freuen, zu wissen, dass seine Rente in Nordrhein-Westfalen nachhaltig angelegt würde. Aber das ist eine Seite der Finanzaktivität. Die andere wäre zum Beispiel, nachhaltige Anleihen zu begeben. NRW hat das gemacht. Hessen hat es im Koalitionsvertrag stehen. Meines Erachtens aber ist noch nicht passiert, wenn ich richtig informiert bin. Was haben Sie dort genau gemacht und wie könnten Sie andere Bundesländer motivieren, um Ihrem Beispiel rasch zu folgen? Also wir in Nordrhein-Westfalen sind klassisch die, über die Frau Dr. Mauderer eben gesprochen hat, als sie gesagt hat, wir müssen den Spagat schaffen zwischen Erhalt und Ausbau der industriellen Basis, der Wertschöpfung, die dort produziert wird, der wirtschaftlichen Entwicklung auch in klassischen Sektoren. Auf der einen Seite, das nicht mehr zu machen und nur noch den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit nachzulaufen, würde sicherlich die wirtschaftliche Basis mittelfristig spätestens ruinieren. Aber andererseits auch im Bereich der Nachhaltigkeit Zeichen zu setzen, modern zu sein, Marktopportunitäten zu nutzen und die Investorenbasis zu verbreitern. Wir in Nordrhein-Westfalen machen das seit 2016 durchaus erfolgreich. Wir haben inzwischen mit einem Volumen von über 8 Milliarden Nachhaltigkeitsanleihen begeben und wir sehen eben, da kann man tatsächlich beides zusammenbringen. Die sind am Markt attraktiv, die werden in aller Regel wesentlich überzeichnet bei der Emission und auf der anderen Seite sind sie für uns ein wichtiges Element unserer nachhaltigen Politik. Sie haben sicher nicht ganz umsonst, Herr Lienkämper, sofort auf meine Frage geantwortet, mit dem Blick auf die Realwirtschaft. Ich denke, dass das nicht überraschend ist. Wenn in einem Bundesland Schmerzen zu verdauen sind von klimawandelfreundlichen Maßnahmen, die vielleicht nicht immer auf der sozialen Seite verträglich sind, dann ist es in der Tat in unserem Heimatstaat. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um? Wir haben halt zwei wesentliche Aufgaben zur gleichen Zeit. Das eine ist der Strukturwandel. Nordrhein-Westfalen ist Braunkohle-Land und deswegen von dem gesellschaftlichen Konsens den Ausstieg bis 2038 zu organisieren, natürlich wesentlich betroffen. Wir haben wesentlichen Strukturwandel hinter uns bei Steinkohle. Wir haben aber trotzdem noch starke industrielle Basen, die wir erhalten wollen, die wir ausbauen wollen. Dafür müssen wir Akzeptanz erzielen, dafür müssen wir werben und dafür müssen wir eine ganze Menge tun. Wir machen eine eigene Industriestrategie, wir machen wirtschaftliche Entwicklung im Mittelstand möglich, wir machen Entfesselung. Das ist der klassische Bereich der notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes. Für mich sozusagen das Brot- und Buttergeschäft der Politik. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen und auch nicht vernachlässigen. Das müssen wir eben machen. Deswegen ist mir das so wichtig, dass ich das auch in den Vordergrund gestellt habe. Und auf der anderen Seite eben, und das ist ganz besonders bedeutsam, wir müssen eben auch bei den modernen Entwicklungen in die Zukunft vorangehen. Das heißt, es bedeutet, da wo wir jetzt Strukturwandel haben, da haben wir auch die Chance zu überlegen, wie kriegen wir besonders zukunftsweisende, neue, nachhaltige, moderne Technologien nach Nordrhein-Westfalen. Beispielsweise wollen wir intensiv im Bereich der Batteriezellenforschung operieren. Batterien sind ein Forschungsschwerpunkt weltweit. Wenn es gelingt, in Nordrhein-Westfalen da etwas Neues zu etablieren, wäre das gut für das Bundesland. Genauso ist das bei den erneuerbaren Energien. Auch da wollen wir gucken, dass wir Vorreiter sind. Also das ist klassisch das Bewältigen zweier Aufgaben zur gleichen Zeit. Beides soll erfolgreich sein und beides maßgeschneider synchronisiert. Wenn es schwierig wird, dann schauen wir häufig zur Akademie, um uns weiterzuhelfen. Herr Professor Bassen, ist das Bild so komplett? Vergessen wir irgendetwas? Wir haben heute im Laufe des Vormittags in den beiden Reden ja schon eine ganze Reihe von Dimensionen gesehen. Wenn man über dieses Thema Sustainable Finance spricht, dann fallen einem da ja viele Aspekte ein und es ist ein bisschen einfacher, die abzuschichten, wenn man sie ein bisschen systematisiert. Wir haben ja viel gesprochen über die klassische Berücksichtigung von ESG-Faktoren, Environment, Social Governance in der Anlageentscheidung. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der auch die hier anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer tangiert. Aber das große Problem wird sicherlich auch darin liegen, wie man die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen schafft. Also wie man es tatsächlich schafft, nicht nur bei Verhaltensänderungen, sondern über die Schaffung von Rahmenbedingungen tatsächlich die Klimaziele zu erreichen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es nicht alleine über eine Verhaltensänderung der Konsumentinnen und Konsumenten schaffen werden. Wir werden es nur über Innovationen schaffen und ich glaube, dass wir dafür in Deutschland hervorragende Voraussetzungen haben, die über ein entsprechendes Finanzierungsvolumen auch mit sich bringen. Und ich bin dankbar, dass Sie so ausführlich und naturgemäß über die Frage der Kapitalmärkte sprechen, weil das genau die dritte Säule ist, die zu Sustainable Finance dazugehört, wie also Finanzmarktstabilität ausgestaltet werden soll, was eigentlich einen nachhaltigen Kapitalmarkt ausmacht, dass wir diese Diskussion angestoßen haben, dass wir diese Diskussion hier in Deutschland führen, weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz zentraler Punkt ist und nur dieser Strauß aus Maßnahmen uns tatsächlich dazu führen wird, dass wir das Ziel, was der Staatssekretärsausschuss ausgerufen hat, einführen, das Sustainable Finance Standort zu werden, auch tatsächlich erreichen können. Also Berücksichtigung, ESG, Infrastruktur, aber auch ein nachhaltiger Kapitalmarkt. Die Rolle der Zivilgesellschaft ist natürlich oft, uns herauszufordern, ob wir hier hinreichend ambitiös sind. Dieser Strauß, Herr Kopp, ist der komplett und bringt er uns dahin, wo wir rasch hinkommen sollten? Zum Ersten guten Morgen, vielen Dank für die Gelegenheit, teilzunehmen. Finde ich diese Lagerzuordnung nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber nur als einleitende Bemerkung. Ich hoffe, das ist jetzt besser zu verstehen. Ich glaube, der zentrale Punkt, der mir in der aktuellen Diskussion noch fehlt, ist, dass wir hier über sehr viel mehr sprechen als über den Strukturwandel in der Energiewirtschaft. Wir können jetzt gucken, in welche Richtung wir wollen. Wir können über Stahl reden, Zement, Großindustrie, Gebäude, Infrastruktur. Also insofern ist es ein bisschen weniger dieses Bild von einzelnen Industrien sozusagen bewahren und schützen und andere. Ich überspitze es jetzt mal bewusst, Ihnen haben es ja nicht so gesagt. Aber ich glaube, es geht ganz grundsätzlich darum zu fragen, wie Kapitalallokationen sozusagen mit diesem zukunftsgerichteten Blick entsprechend der Anforderungen und Herausforderungen allokiert werden kann. Ich glaube, das ist was anderes, als ESG-Kriterien zu integrieren, wo wir im Klassischen über ein paar Ausschlusskriterien, ich mache es jetzt ein bisschen versimpelt natürlich, gesprochen haben und gesagt haben, man kann die Dinge identifizieren, die nachhaltig sind und dann allokieren wir da einen Teil eines Portfolios hin. Wenn wir das ernst nehmen, was Klimawissenschaft sagt, was vorhin noch angesprochen wurde von Herrn Weibmann und Frau Mauderer, über Budgets, über Knappheit, dann ist es zum einen in der Breite. Es geht vor allen Dingen auch darum, das gezielt und mit Rückkopplung und Überprüfung sicherzustellen. Ich glaube, da brauchen wir, weil da Game Changer steht, schon durchaus eine andere Form von Geschwindigkeit, Breite. Und letzter, kurzer Beitrag, auch eine Industrialisierung des Prozesses. Das ist eine Frage, nicht mehr davon, ein paar Ratingagenturen bieten ein paar Daten an, sondern das muss ganz zentraler Kernbestandteil in der Art und Weise, wie berichtet wird, wie Daten verfügbar gemacht werden, wie Risikoentscheidungen gefällt werden. Da sind wir heute noch nicht. Ich glaube, es ist sehr schön, sehr gut, dass wir in diese Richtung gehen. Aber da liegt noch eine ganze Menge vor uns. Nun ist es eigentlich eher komplexer geworden als weniger komplex, wenn ich so frei sein darf. Herr Lienenkämper, letzten Endes, Sie haben als Politiker in Ihrem Land die Arbeitsplätze oder Sie haben sie nicht. Sie haben die Jungs in den Gruben und vor kurzem wurde meines Erachtens die allerletzte Grube auch geschlossen in Nordrhein-Westfalen. Wie können Sie diese Botschaft zu den Kumpels rübertransportieren, um es mal ganz plastisch zu machen, nicht wahr? Indem wir über die Chancen reden, die mit diesem Strukturwandel zu tun haben. Das ist mir in der Vergangenheit viel zu kritisch diskutiert worden. Das ist nicht immer nur ein disruptiver Prozess, der ist es auch mit all den Folgen, sondern da bieten sich unfassbar viele neue Chancen. Und mit denen auch darüber zu reden, wie die häufig gerade im Bergbau super gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Arbeitsplätze finden können in ganz neuen, in modernen, in innovativen Unternehmen, die sich da neu ansiedeln. Das ist etwas, was für die natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil sie auch ganz persönliche Perspektiven bietet. Nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für die Regionen, in denen das stattfindet. Und deswegen müssen wir viel mehr über die damit verbundenen Chancen sprechen. Und dann kommen wir eben auch zu den Finanzierungsbedarfen, die diese Chancen auslösen. Und dann sind wir schon mal wieder direkt im Thema Sustainable Finance. Das zu erklären geht am besten am praktischen Beispiel. Mit der NRW Sustainability Bond Anleihe. Herr Dr. Schäfer, die Diskussion kommt langsam auf Gang. Sie möchten beitragen. Ja, ich möchte noch einen mir sehr wichtigen Hinweis geben. Wir diskutieren ja dieses Thema hier in Deutschland in der für Deutsche nicht ganz untypischen Bereitschaft zur Hysterie. Gleichwohl sind wir nur für zwei Prozent der Emissionen verantwortlich. Selbst wenn wir mit allem, was wir so tun, hier in Deutschland noch mal wahnsinnig viel besser werden, als wir sind, sind es immer noch nicht viel mehr, die wir dort beitragen. Ich glaube, wir sollten uns sehr viel mehr. Und dafür hilft natürlich die Nachfrage nach grünen Anlagen, Finanzierungsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, die sich darum kümmern, Produkte zu entwickeln. Und wer, wenn nicht wir Deutschen, in der Lage, diese Produkte zu entwickeln, mit denen in anderen Ländern der Welt, die vielleicht in der Frage des Bewusstseins für Nachhaltigkeit noch weit hinter uns sind. Aber wenn es eine Chance gibt, mit solchen Produkten, die weniger emittieren, schlicht Geld zu verdienen, dann dreht sich auch da das Bewusstsein vielleicht nicht aus der Überzeugung für das Klima, sondern nur aus der Überzeugung für das eigene Portemonnaie. Aber am Ende gibt es dort die sehr viel größeren Hebelwirkungen in China, in Indien oder in den Vereinigten Staaten. Dafür brauchen wir aber Produkte, die hier hergestellt werden, die hier entwickelt werden, die in der Lage sind, den Leuten dort eine Chance zu geben, Geld damit zu verdienen, dass weniger emittiert wird. Wenn wir uns darauf ein Stückchen noch stärker konzentrieren und weniger auf die Frage, ob wir das letzte Müh hinter dem Komma in Deutschland selbst bewegen, glaube ich, kommen wir einen ordentlichen Schritt weiter. Und da kann wiederum der Kapitalmarkt mit seiner enormen Nachfrage nach Green Finance Produkten sicherlich einen hilfreichen Beitrag leisten. Vielleicht kurz zwei Bemerkungen. Und jetzt sind wir natürlich schon sehr stark auf Klima eingeengt. Aber zum einen würde ich gerne auf den Punkt aufgreifen, es geht ganz genau darum, einen disruptiven Veränderungseffekt zu vermeiden, sondern gerade diese voransliegende Entwicklung zu gestalten. Kurz zu diesen zwei Prozent. Ich meine, wenn ich Klimawissenschaft ernst nehme, dann müssen wir nahezu überall alle Emissionen rausnehmen. Das sind auch die zwei Prozent Emissionen sozusagen zu organisieren und vom Strukturwandel entsprechend umzubauen. Insofern müssen wir das ohne Hysterie machen, aber sehr ernsthaft, weil ja gerade im Industriestand dort Deutschland, wo es darum geht, diese Industrien weiterzuentwickeln und zu erhalten und zu behalten und zukunftsfähige Jobs zu erarbeiten, da eine ganze Menge von gestalterischer Notwendigkeit vor uns liegen. Insofern nur dieser Hinweis, Hysterie hilft uns da nicht weiter, aber nach außen schauen löst unsere Aufgaben hier auch nicht. Ja, von Hysterie halte ich natürlich auch wenig und ich finde es auch vollkommen richtig zu sagen, wir müssen unsere Wirtschaft umbauen. Wir haben als exportstarke Nation ja auch die Möglichkeit, dann Industriegüter, die wenig Energie verbrauchen, für das Klima weniger schädlich sind, die in alle Welt tatsächlich zu exportieren. Wir haben auch eine Vorbildfunktion und wir haben aber trotzdem das Problem, dass wir nicht allzu viel Zeit haben. Also das Pariser Klimaabkommen ist jetzt dann bald vier Jahre her und wenn wir gucken, wie manche Diskussionen jetzt auch laufen, dann werde ich schon ungeduldig, weil der Klimawandel, der wartet halt nicht, bis alle Akteure sich mal konsentiert haben, wie es denn jetzt gehen könnte. Und da möchte ich vielleicht noch etwas aufgreifen, was Frau Mauderer auch vorhin gesagt hat, nämlich, dass die Politik handeln muss. Und dann frage ich immer, wer ist denn die Politik? Es sind ja vielfältigste Akteure, Klimawandel, weltweites Phänomen, also müssten wir uns weltweit einigen. Und immerhin gibt es ja diese 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung und das Pariser Klimaschutzabkommen haben auch fast 200 Nationen unterschrieben. Und trotzdem merken wir ja auch schon in der Diskussion, auch in Deutschland, dass die Meinungen, wie das denn jetzt gehen kann und in welchen Schritten es geht, deutlich auseinander gehen. Aber was ich vielleicht an der Stelle auch noch mal einführen möchte, ist, damit wir auf dem Finanzmarkt Fortschritte haben, brauchen wir auf jeden Fall von europäischer Ebene wichtige Impulse, nach welchen Kriterien denn jetzt Sustainable Finance funktionieren kann, was dann wirklich Green Finance ist. Und ich glaube, das wäre mal eine Grundlage, um eine gleiche Ausgangsbasis zu haben, um das ganze System auch voranzutreiben. Was man jetzt in der Diskussion ja sieht, es ist sehr stark auf Klima erstmal fokussiert. Das ist auch gut, weil das ein Thema ist, was gerade sehr, sehr aktuell ist. Es zeigt aber auch, wie wir gerade an NRW gesehen haben, dass das ein Thema ist, was permanent mit Zielkonflikten verbunden ist. Das ist nicht immer ganz einfach, weil das muss man aushalten. Wenn wir über Klimathemen sprechen, dann tangiert das andere Themen, die auch im Sustainability-Bereich liegen. Und ich finde es einen sehr hilfreichen Prozess, sich mit diesen Zielkonflikten, die man hat, Arbeitsplätze, Innovationsfreudigkeit, Fragen von Internationalität, dass man diese Zielkonflikte einfach offenlegt, um dann eine ganz klare Entscheidung zu treffen, sowohl auf der Ebene des Portfolio-Managements als auch auf der politischen Ebene, wie man mit diesen Zielkonflikten umgeht. Wir werden da nicht rauskommen. Wir werden immer bei diesem Thema Zielkonflikte haben, weil wir kurzfristig Einschränkungen haben werden, gefühlte Einschränkungen haben. Aber ich hoffe, wir alle haben eine etwas langfristigere Perspektive und damit ein gemeinsames Zielsystem. Denn selbst in den SDGs sind ja diese Zielkonflikte fest verankert. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man immer an solche Zielkonflikt-Diskussionen laufen wird. Und Frau Sitzmann hat ja darauf hingewiesen, lassen Sie uns dann vor allem auch anfangen, nicht wahr? Wir haben jetzt mehrmals gehört, scheinbar sollten wir bei den Chancen, bei den Stärken der jeweiligen Player anfangen. Wir haben etwas ausführlicher gehört, wie sich die Veränderungen in Nordrhein-Westfalen manifestieren. Sie haben Innovation genannt, Herr Linienkämper. Sie haben MKB, also die mittleren und kleineren Betriebe genannt. Verglichen mit den Problemen auch rund um Kohle und dergleichen möchte ich mich gerne den zwei anderen Bundesländern zuwenden. Vielleicht kann man die Chancen in anderen Bundesländern in der Tat herausstellen. Es wurde ja vor nicht allzu langer Zeit aus Baden-Württemberg, spezifisch aus Zuffenhausen, eine dunkelgrün angemerkte 1 Milliarde Schuldschein von Porsche begeben, nicht wahr, für die Produktion des Taikern. Sagen Sie, haben Sie in Baden-Württemberg vielleicht eher Luxusprobleme, Frau Sitzmann? Wir haben vielleicht andere Probleme, als NRW das hat, zugegebenermaßen. Aber wir haben auch einen der vier großen Energieversorger, die ursprünglich Atomkraft hauptsächlich betrieben haben und die auch in einem sehr herausfordernden Transformationsprozess stehen mit dem Atomausstieg und mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber ich freue mich natürlich, dass wir auch Unternehmen haben, jetzt wie Porsche, die mit so einer grünen Anleihe in einer beträchtlichen Summe vorangegangen sind. Ich freue mich, dass wir mit der LBBW, mit unserer Landesbank, eine Bank haben, die in diesem ganzen nachhaltigen Finanzbereich meines Erachtens hervorragend auch vorangeht. Mittlerweile Anleihen in Höhe von 20 Milliarden managt, auch jetzt erst Unterzeichner einer, also die erste deutsche Universalbank ist, die die Prinzipien nachhaltigen und verantwortungsvollen Bankings unterzeichnet hat und auch die Nachhaltigkeit als eines der vier wichtigen Unternehmensziele verankert hat. Ich glaube, das ist kein Luxus, sondern ich glaube, es ist tatsächlich relevant und sehr notwendig. Und wir gucken natürlich auf allen Ebenen, dass wir da auch vorangehen können und auch Partnerschaften und Kooperationen suchen, um das auch zu verstärken. Wenn Sie erlauben, möchte ich doch noch neben den Chancen, so wichtig Sie sind, so wichtig eine positive Nachricht ist, noch ein bisschen auch an den Herausforderungen und da, wo es wehtut, rumstochern, wenn ich darf. Denn Greta Thunberg möchte ja, dass wir sehr wohl eine Hysterie haben und Panik haben. Und diese Woche kam noch ein Bericht raus, dass vier von fünf Kohlekraftwerken zum Beispiel verlustbetreibend sind. Sie haben die EnBW in der Tat. Sagen Sie, Frau Sissmann, wo tut es denn weh in Ihrem Bundesland, um diese Veränderungen, von denen wir sprachen, vorzunehmen? Führen Sie uns ein bisschen in das Land und in das Lokale hinein? Naja, es tut natürlich immer weh, wenn wir jetzt über das Thema Automobilbranche sprechen, wo es ja auch um neue Mobilität und Klimawandel, E-Mobilität und so weiter geht. und das ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig in Baden-Württemberg ist, dann spüren wir das natürlich jetzt auch schon. Wir hören von vielen Unternehmen, aus dem Automotive- und dem Zulieferbereich, dass sie tatsächlich relevante Probleme haben und an Arbeitsplatzabbau, an Standortschließungen und so weiter denken. Also sicherlich kommen da verschiedene Aspekte zusammen, aber es hat eben auch mit der Frage zu tun, wie wir umweltverträglichere Mobilität in Zukunft gestalten können. Und die Prozesse, die da jetzt laufen, die sind sicherlich auch schmerzhaft, weil sie eine radikale Veränderung bedeuten. Und wo brennt es bei Ihnen in Hessen, Herr Dr. Schäfer? Ich habe mich in früheren Jahren immer sehr darüber beklagt, dass unsere adeligen Vorgängerhäuser, sowohl in Darmstadt als auch in Kassel, sich weniger für Energieversorgung interessiert haben und dafür Kunstwerke gesammelt haben. Heute bin ich froh, die Rembrandts in Kassel im Museum sind ziemlich klimaneutral. Also insofern an der Stelle brennt es in keiner Weise. Aber natürlich sind wir in der Diversifizierung unserer Wirtschaftsstruktur auch in besonderer Weise durch die Automobilindustrie, insbesondere durch die Zulieferer geprägt. Und dort sehen wir einen tiefgreifenden Wandel. Jens Weidmann, Jörg Asmus und ich hatten vor zehn Jahren mal das Vergnügen, uns gemeinsam um so einen kleinen Mittelständler mit Sitz in Rüsselsheim in besonderer Weise kümmern zu müssen. Also insofern haben wir auch schon unsere Erlebnisse mit Krisen der Strukturen erlebt. Aber das kommt jetzt noch eine Runde weiter, weil natürlich Zulieferer ausgerichtet auf die klassische Verbrennungsmotorstruktur, ähnlich wie in Baden-Württemberg, natürlich sehr weit verbreitet im Land und sicherlich ihre Konversionsprozesse jetzt organisieren müssen. Und auf der anderen Seite sind wir hier am größten Finanzplatz Kontinentaleuropas, sodass wir natürlich mit den Chancen, die beschrieben worden sind, aber auch mit den Risiken hier am Platz werden, umgehen müssen. Auch dort müssen wir auch aus Fehlern falscher Risikoeinschätzungen von vor zehn Jahren heute die richtigen Konsequenzen ziehen, nämlich frühzeitig nicht nur die Chancen, Euphorie aus Chancen definieren, sondern durchaus auch risikobegrenzende Elemente einbauen, damit uns nicht als Auslöser der Klimafrage am Ende wieder eine ähnliche Krise ins Haus steht, wie wir sie erlebt haben. Das wollen wir versuchen, nach Möglichkeit zu vermeiden. Ja, um da kurz mal einzuhaken, ich glaube, dass es überall die gleichen Fragen sind. Es ist das Gebäude, es ist die Infrastruktur, es ist die Energieversorgung, es ist die Wertschöpfungskette in Deutschland, in den Industrien, ein bisschen der Landwirtschaftsbereich, es ist überall vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt. Und ich glaube, wir sollten mal sehen, dass wir, weil da jetzt auch steht Game Changer fürs Finanzsystem, auch die Diskussionen insofern ein bisschen konkretisierter debattieren, was in Deutschland sozusagen auch erforderlich ist. Jetzt sehen wir in Brüssel enorm viel Dynamik über eine Taxonomie, über Regulierungsvorschläge für Veröffentlichungsverordnung und so fort. Und wir sehen in Deutschland an der Stelle, weil wir jetzt gerade über das Finanzsystem sprechen, relativ wenig Aufnahmen bei dieser Diskussion. Es gibt einzelne Aktivitäten. Ich will gar nicht in so Bausch und Bogen, schwarz und weiß, Deutschland ist alles schlecht, sprechen. Wir sehen Aktivitäten, wo zum Beispiel eine große Versicherung aus München-Initiativen auf einer internationalen Ebene anstößt, dass sich Vermögenseigentümer dazu verpflichten, ihre Portfolien CO2-frei zu machen. Ich versuche jetzt rüberzuleiten auf diesen Punkt, den Sie eingangs hatten mit Altersversorgungsportfolien und Indizes, die immer noch einem Ausschlussgedanken genügen und nicht einem Gedanken von, wo muss denn Kapital hin allokiert werden. Also ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in die Diskussion ein bisschen konkreter an diese Themen rankommen und nicht so sehr auf dieser, so ein bisschen abstrakteren, globalgalaktischen Ebene hängenbleiben, weil ich glaube persönlich, dass da sehr viel Chance drin ist, weil wenn man es gestaltend versteht, kann man eigentlich nur gewinnen, weil die Alternative ist ja, dass wir es sozusagen nicht machen, dann ist man nicht nicht erreichen, dann ist man gefühlt vielleicht noch ein bisschen länger in der Komfortzone, aber die Veränderung der Lebensgrundlagen, das haben wir die letzten zwei Jahre ja auch in Deutschland jetzt gesehen, durch Dürre, Trockenheit und Starkwetterereignisse, die kommen ja auf jeden Fall. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es auch eine Frage zu sagen, auch sich ehrlich zu machen, die Lösung wird nicht einfach sein, sie liegt nicht da, aber wir müssen uns eins der Arbeiten machen und das auf eine andere Art von Intensität, als wir es heute tun. Herr Professor Bassen. Da anschließend, was Matthias Kopp gerade gesagt hat, ich glaube, diese Frage der Berücksichtigung von Risiken und die Transparenz über Risiken sind ganz zentral. Wir haben vorhin gesprochen über rein Reputationsrisiken, die mit dem Thema verbunden sind, die sind sicherlich wichtig, aber auch physische Risiken gewinnen an Bedeutung. Man kann das sehr schön zeigen, was jetzt die Verbindung zwischen verschiedenen physischen Risiken, die teilweise aus dem Klimawandel bedingt sind, aber nicht ausschließlich und finanziellen Risiken darstellen und diese Risiken offen zu legen, transparent zu machen und damit auch für klassische Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen, halte ich für einen ganz wesentlichen Treiber. Das sind Berichtsstandards, die wir haben, das sind aber auch mehr und mehr Berichtspflichten und zwar nicht nur auf der Ebene der Unternehmen, wo wir schon eine ganze Reihe von verpflichtender Berichterstattung haben, sondern auch auf Ebene der Investoren, die sehr viel stärker offenlegen werden und offenlegen müssen, wie die Portfolie strukturiert sind, welche Risiken dort verbunden sind, welche Klimarisiken auch dort verankert sind, weil ich glaube, nur über diesen Hebel werden wir kurzfristig auch Veränderungen herbekommen. Ich glaube, ja, Chancen darstellen ist sehr, sehr wichtig, weil wir auch den Finanzierungsbedarf haben, aber ich glaube, gerade die Berücksichtigung der Risiken und die Transparenz über diese Risiken ist etwas, wo wir deutlich über das hinausgehen müssen, was wir momentan hier als Standards sowohl in Deutschland als auch international haben. Wird es dort hinreichend konkret für Sie, Herr Kopp? Wo genau? Bei dem Messen und Beurteilen und Berichterstatten der Risiken. Ist das, was wir brauchen? Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Teil, weil ich meine, vorhin ist ja auch das Klimapaket angesprochen worden, das Maßnahmenprogramm der Bundesregierung. Wenn Sie sich anschauen, was da drinsteht, nach meiner Lesart, dann ist da verpasst worden, das Betriebssystem und die sozusagen Schmiermittel des Systems auch zu adressieren. Daten, Transparenz, Bereitstellung, vorausschauende Prinzipien, Verifizierung dieser Diskussion, das in die Breite zu bringen, nicht nur in der Nische zu handhaben. Wenn wir zum Beispiel über Label sprechen, sprechen wir heute über Label für explizit grün ausgezeichnete Produkte und eben nicht über eine Leistungs-Performance-Transparenz eines jeden Finanzprodukts. Das heißt ja nicht, dass man sagen muss, du darfst das nicht mehr tun, aber es muss klar sein, inwieweit so ein Produkt auf bestimmte Nachhaltigkeitsqualitäten einzahlt, zum Beispiel, bin ich anderthalb grad verträglich oder nicht mit einem Portfolio, mit einem Kredit und so fort. Ich glaube, da ist der Teilbereich Risiko, Risikoerfassung ein zentraler, aber halt auch erstmal nur einer. Ich glaube, wir müssen, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass wir bei dieser Diskussion um Taxonomie relativ schnell, relativ gut vorankommen. Klugerweise auf der europäischen Ebene und ich glaube, wir sollten uns nicht zu lange aufhalten mit der Grundsatzdebatte über die Frage, ob beispielsweise Investitionen in Atomenergie nachhaltig ist oder nicht. Sonst kriegen wir mit den Franzosen am Ende nie einen Konsens, diskutieren aber noch drei oder vier Jahre über den Taxonomiestandort, bis wir ihn haben. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dort geht am Ende aus meiner Sicht Tempo vor der allerletzten Prinzipiengerechtigkeit des eigenen Denkens. Das ist ein, glaube ich, sehr, sehr wesentlicher Punkt, über den wir uns, glaube ich, verständigen müssen. Und dann werden wir eines erleben, dass wir eine ziemlich breite Diskussion auch über Datenschutz und ähnliche Fragen kriegen, denn Datentransparenz ist das eine Positive. Auf der anderen Seite sind wir Deutschen ein Volk, die in besonderer Weise über den Datenschutz sehr, sehr sich selbst definieren. Und das dritte Element, und das sehen wir gerade hier am Platz, dass sich sehr interessante Geschäftsmodelle unter dem Stichwort künstliche Intelligenz bilden, die genau darin die Dinge versuchen abzubilden. Nämlich zu versuchen, Datenanalyse über künstliche Intelligenz so zu organisieren, dass aus den verfügbaren Datenpools, ich glaube, da brauchen wir noch größere Breite, aber selbst aus den verfügbaren Datenpools in der Lage sind, bessere Analysen zu liefern, als jeder Analyst, der das händisch am Bildschirm im Moment macht. Dort sind auch Zukunftstechnologien, die hier am Platz entwickelt werden können, die wir am Ende auch bereit oder in der Lage sind, zu exportieren, worin Geschäftsmodelle bestehen, Nachhaltigkeit zu befördern und gleichzeitig stärken, die der Platz hier hat, am Ende ausleben zu können. Ihnenkamp. Also vielleicht nochmal einen Wunsch von mir zum Thema Taxonomie. Ich finde es sehr gut, dass auf EU-Ebene jetzt mit der Erarbeitung von gemeinsamen Standards für die Green Bonds nicht nur begonnen worden ist, sondern die ersten Schritte gegangen ist. Das ist auch dringend notwendig. Genauso dringend notwendig ist das Gleiche, aber auch für Nachhaltigkeitsanleihen und für Anleihen im sozialen Bereich. Das sind drei verschiedene Kategorien. Insofern würde ich mir schon wünschen, dass wir in allen dreien, wo wir ja überall Interessen haben, in allen drei weiterkommen und möglicherweise auch ein wenig schneller weiterkommen. Und da kann ich die Empfehlung von Thomas Schäfer nur aufgreifen. Da ist es klug, eher über die Gemeinsamkeiten zu reden. Sonst wären wir auch nie zur Entwicklung der nachhaltigen Aktienindizes für unsere Pensionsanlagen gekommen, wenn wir über das Trennende gesprochen hätten und zu viel über Ausschlusskriterien geredet hätten. Wir haben gestartet mit der gemeinsamen Überzeugung bei uns in Nordrhein-Westfalen aus unserer Nachhaltigkeitsstrategie sozusagen abgeleitet, die wir seit 2016 haben. Was wollen wir eigentlich allokieren? Wo wollen wir eigentlich hin? Und dann war nachher das Thema des Ausschlusses eins, was besonders interessant ist, was man gerne diskutiert, weil man es an konkreten Unternehmen festmachen kann, an konkreten Branchen und auch an konkreten Standorten, weil es eine gewisse Öffentlichkeitsneigung hat. Das war aber das objektiv nicht wichtigste Thema bei der Veranstaltung. Nun hört sich das an, dass wir also doch erst wieder mehr Richtung, Weisung bräuchten, auch aus dem Sozialen, aus anderen Domänen heraus. Sie hatten vorhin, Frau Sitzmann, die Dringlichkeit und zum Tempo aufgerufen, Herr Dr. Schäfer ebenso. Werden wir denn dann das Tempo noch haben, wenn wir uns mit all diesen Sachen beschäftigen? Naja, das Thema ist jetzt mal komplex, aber ich glaube, es ist im Moment so viel Dynamik und auch so viel Druck drin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, da voranzukommen. Also Beilage der Wochenzeitschrift Die Zeit, ja, da ging es genau um diese 17 Nachhaltigkeitsziele und Sie, Herr Kopp, waren da auch zum Thema nachhaltige Finanzen beschrieben und zitiert. Also ich glaube, es wird jetzt in so einer Breite diskutiert, dass wir tatsächlich auch diesen Rückenwind, würde ich mal sagen, den es gibt, nutzen müssen. Und ich glaube, wir brauchen, also auf Finanzministerkonferenz-Ebene haben wir uns auch mehrfach mit dem Thema Taxonomie auf der europäischen Ebene beschäftigt, haben mit Mehrheiten Anträge beschlossen, wo es um die konkrete Ausgestaltung, dieser Taxonomie geht. Wir wünschen uns natürlich auch als Länder, dass wenn es einen Sustainable Finance Beirat auf Bundesebene gibt, dass wir als Länder, ich hoffe, man merkt es, wir können da einen guten Beitrag leisten, dass wir da auch mit einbezogen werden. Und wenn es um die einzelnen Ansätze geht, glaube ich ja, auf der einen Seite Ausschlusskriterien, gerechtete Waffen, Prostitution, Kinderarbeit und so weiter und auf der anderen Seite eben auch einen positiven, einen Best-in-Case-Ansatz, welche Unternehmen, welche Anbieter erfüllen die meisten dieser 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und sind dann im Benchmark weit oben. Also ich glaube, beides in Kombination wäre ein guter Schritt. Und ja, dass ich jetzt hier sage, klar müssen wir uns auf europäischer Ebene dafür verkämpfen, dass eben Atomkraft nicht dazu gehört, versteht sich von selbst. Ich finde, wir sind zweimal in Deutschland ausgestiegen, aus guten Gründen, leider auch noch mal ein zweites Mal nach einem Wiedereinstieg. Und es ist eben eine Hochrisikotechnologie, wie wir wissen. Und deswegen sollten wir uns auch auf europäischer Ebene da engagiert dafür einsetzen, dass Atomkraft eben nicht dabei ist, wie die Verhandlungen dann ausgehen. Das sehen wir dann. Ich mache da einen kleinen Bogen, wenn ich darf. Zurück zum Beirat. Vielen Dank für die Vorlage. Professor Bassen, Herr Kopp, Sie sitzen beide im Sustainable Finance Beirat. Wir haben jetzt mehrmals gehört, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Sie schnell. Ja, sagen Sie, wann sieht und hört man denn mal etwas Konkretes? Vielleicht Sie erst, Herr Kopp. Letzte Woche hier an dieser Stelle. Erzählen Sie mehr dazu. Also letzte Woche gab es eine erste Konferenz, auch eine Diskussion, in gewisser Weise eine Art von Stakeholder, Diskussionsbeginn und ein Austauschen über Thesen. Ich glaube, die Idee ist, Richtung Februar mit einem Zwischenbericht zu kommen, mit ersten Empfehlungen. Gestern haben wir nebenan bei der KfW eine Sitzung gehabt. Die Agenda ist sehr voll, glaube ich, das Arbeitsprogramm, was man sich da auflasten kann, ist sehr umfangreich. Insofern glaube ich, würde ich jetzt an der Stelle noch mal um drei, vier Monate sozusagen Input bitten. Gar nicht notwendigerweise um nur Geduld, sondern einfach zu sagen, die 38 Personen sind ja alarmlich bekannt, denen auch Punkte mitzugeben. Aber das ist schon auch das selbstgesteckte Ziel. So habe ich gestern die Sitzung verstanden, dass da Richtung Februar eine erste Empfehlung entsteht. Und die ist dann nicht einfach nur ein Zehn-Seiten-Papier mit Spiegelstrichen, sondern die soll handlungsrelevant sein, die soll konkret sein, die soll sozusagen auch vielleicht noch nicht ganz final, weil es ja ein Zwischenbericht sein soll, der soll ja auch noch mal diskutiert werden, final sein, aber schon sehr zeitlich angemessen, weil wenn wir uns das nächste Jahr anschauen, sind wir im Jahr fünf nach Paris mit der Überarbeitung des Prozesses. Wir sind im Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft mit einem EU-China-Gipfel, den Deutschland hostet. Wir haben eine deutsche Ratspräsidentschaft. Also insofern haben wir nächstes Jahr ein sehr interessantes Zeitfenster, wo es auch um deutsche Impulse und deutsche Haltung geht. Geben Sie uns noch ein kleines Sneak-Preview. Sie haben gerade selber aufgerufen dazu, dass es bitte schneller, konkreter würde. Es hat schon so viele Empfehlungen und Richtlinien und dergleichen gegeben, wenn ich so frei sein darf. Selten werden sie wirklich konkret, dass man sagt, Mensch, jetzt weiß ich, wer genau was machen will. Was macht denn der Bundesfinanzminister? Was machen die Finanzminister in den Ländern? Wer handelt als Erste? Wird es dieser große Wurf werden? Ich glaube, es muss kein großer Wurf werden. Es muss nur konkret werden. Es muss relevant werden. Es muss priorisiert sein in der Zeit, in der wir jetzt sozusagen arbeiten können. Es muss sich an dem ausrichten, was man nicht nochmal neu erfinden muss. Es gibt den HR-Report, es gibt den EU-Aktionsplan, es gibt das NGFS-Papier, es gibt noch drei, vier andere Strategien von anderen Ländern in Europa. Insofern von denen lernen, anpassen auf die spezifische deutsche Situation mit dem deutschen Banksystem, mit der deutschen Realwirtschaft, mit der Struktur, die wir haben, über Bankenfinanzierung und KMUs. Das ist in anderen Ländern vielleicht ein bisschen anders. Insofern geht es gar nicht um den großen Wurf vielleicht, sondern um den effektiven, effizienten, der genau diese Impulse bringt, die man dann auch rückverorten kann, auf diesen Anspruch zu sagen, einführender Standort zu werden. Guckt uns aber kritisch zu, Herr Professor Basel, wird unsere Geduld honoriert werden? Ich glaube, wenn wir uns angucken, was in den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert ist mit der Age-Lag, zwei Mitglieder sitzen hier vorne, Michael Schmidt und der Vorsitzende Herr Thiemann, dann die Umsetzung in die Technical Expert Group, der Bericht der Age-Lag wurde Anfang letzten Jahres veröffentlicht im März, das muss man sich mal vorstellen, wo wir heute sitzen, wir diskutieren jetzt über die Taxonomie und sagen, könnte vielleicht ein bisschen mehr davon, ein bisschen weniger davon sein. Das ist schon eine Situation, die man sich vor zweieinhalb Jahren gar nicht hätte ausmalen können und das, was jetzt im Sustainable Finance Beirat passiert, ist ja sozusagen die Weiterentwicklung dieser Entwicklung, die wir dort auf europäischer Ebene gesehen haben. Das Gute ist, wir sind ja auch personell verankert, sowohl mit der Age-Lag als auch mit der Technical Expert Group, sodass das Rad dort nicht neu erfunden werden muss. Von daher bin ich ganz positiv, dass wir dort auch in kurzer Zeit nicht nur wieder Rahmenbedingungen stecken, sondern mit sehr, sehr konkreten Maßnahmen kommen werden, die sich auf verschiedene Themenbereiche beziehen werden. Es wird sicherlich einmal um eine generelle Strategie gehen, das hört sich noch nicht so konkret an, wird es dann vielleicht auch nicht sein, aber es geht auch um die Frage, wie müssen eigentlich so Berichtsstandards dann umgesetzt werden. Es geht um Stabilitätsfragen, es geht auch um die Frage des Endkunden, auch das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, wie schaffe ich es tatsächlich, solche Forderungen, die wir hier haben, auf den Endkunden herunterzubrechen, was muss von Bankenseite geleistet werden, wie kann der Endkunde darauf reagieren, von daher glaube ich, haben wir viele sehr, sehr konkrete Maßnahmen, die wir dort adressieren werden und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die Dynamik, die wir auf EU-Ebene sehen, auch hier in Deutschland umsetzen können. Sie haben vollkommen recht, was da im Moment aus Brüssel kommt, das geht, wenn man andere Dossiers sich anguckt, absolut mit Lichtgeschwindigkeit. Gleichzeitig muss man natürlich immer Angst haben, dass Maßnahmen, wenn sie einmal schön konkret auf Papier stehen, vielleicht zerpflückt werden, aufgeweicht werden und oder nur zum Teil umgesetzt in den Nationalstaaten. Darauf kann man warten, man kann sagen, was machen denn die Nationen, man kann natürlich auch sagen, was machen denn die Bundesländer in der Zwischenzeit. Wie werden Sie diese Phase in der Zwischenzeit nutzen, wenn ich eine kurze Tour de Table bei den Finanzministern der Länder machen dürfte? Vielleicht bei Ihnen anfangen, Herr Lienenkämper. Wir haben vor, unsere Strategie weiterzuführen, also weiter Nachhaltigkeitsanleihen zu begeben. Wir haben auch eine Haushaltsstruktur, bei der das als Bundesland gut geht. Wie gesagt, über 8 Milliarden haben wir schon. Wir müssen weiter die Investorenbasis verbreitern. Das ist übrigens ganz spannend, wie der Markt reagiert. Ich war vor zwei Wochen jetzt auf einer Roadshow in Lateinamerika. Da war von überwältigendem Interesse an Nachhaltigkeitsanleihen bis zu einer Bemerkung eines Nationalbankers zu Green Bonds, der sagte, Green Bonds finde ich super, if they appear green on the screen. Das ist so ein bisschen die Spreizung dessen, wie auch der Markt im Moment reagiert. Das heißt, wir müssen weitermachen bei der Investorenbasisverbreiterung und wir wollen im Moment unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung anpassen und synchroner machen mit Bund und anderen Ländern, damit das aussagekräftiger wird. Insofern überarbeiten wir gerade in der Hinsicht unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Also wir setzen das fort, wir verstärken das auch und bringen uns im Übrigen aktiv in die Diskussionen ein, über die wir eben gesprochen haben und in der Tat, da können auch die Länder durchaus mit Volumen etwas bringen, aber da der Bund Benchmark-Emitent ist im Euro-Raum, wäre es natürlich gut, wenn die Diskussionen, die ja gerade wohl ziemlich weit gediehen sind, hier im Bund auch dazu führen würden, dass der Bund noch ein Stück weit aktiver würde. Was würden Sie noch erwarten vom Bund neben einer grünen Bundesanleihe in der Tat? Leider haben wir den Finanzminister dazu nicht befragen können heute. Das wäre zum Beispiel schon mal ein erstes starkes Signal, dass der Bund sich sichtbar aktiv im Markt selbst zeigt. Ich bin da aber absolut optimistisch. Ich glaube, da sind auch die Vorbildgespräche relativ weit und wenn die Lufthansa das nicht verhindert hätte, ich weiß nicht ganz genau, was der Bundesfinanzminister heute gesagt hätte, aber ich bin nicht ganz pessimistisch, dass das auch positive Botschaften wären. Also das erwarte ich schon, dass der Bund als Benchmark-Emitent eben seine Rolle auch in diesem Bereich Sustainable Finance stärker wahrnimmt. Was erwarten Sie vom Bund, Frau Sitzmann? Ja, also etwas allgemeiner gesprochen, in Sachen Klimaschutz erwarte ich, dass das Klimaschutzpaket deutlich nachgearbeitet wird. Also mit einem Einstieg von 10 Euro pro Tonne CO2 sind wir einfach, was die Geschwindigkeit betrifft, deutlich hinterher. Wir überlegen uns auf Landesebene, ob wir nicht um die Wirtschaftlichkeit, die wir ja bei allen Projekten nachweisen müssen, eine Schattenrechnung mit 180 Euro pro Tonne CO2 machen sollten, damit wir auch eben das in einem wirtschaftlichen Vergleich standhält. Also ich glaube, da brauchen wir dringend Nachbesserungen. Wir werden uns ja auch im Finanzausschuss mit den steuerlichen Fragen des Klimapakets beschäftigen müssen. Nicht alles hat meines Erachtens die richtige Lenkungswirkung, die wir da so brauchen. Ich nehme mal das Beispiel der Entfernungspauschale. Also da gibt es noch einiges zu tun und ich würde mal sagen, man könnte sich auch gut überlegen. Jetzt hat Baden-Württemberg 8 Milliarden an Rücklagen für Versorgungen dann nachhaltig angelegt. Wir haben eine gemeinsame Initiative von vier Bundesländern. Es gibt aber auch den VBL, die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Da sind immerhin 25 Milliarden Euro drin. Also auch da kann man sich ja durchaus auf den Weg machen, um das nach nachhaltigen Kriterien anzulegen. Und ja, ich glaube, wir müssen auch dringend dieses Taxonomiesystem unterstützen, um wirklich ein Screening machen zu können. Was ist denn in den jeweiligen Geldanlagen tatsächlich drin? Ist es wirklich grün oder heißt es nur grün? Also um Greenwashing zu vermeiden, Transparenz zu schaffen, aber eben auch für alle Anlegerinnen und Anleger, die sagen, ich will nachhaltig anlegen, auch dann ein Label, eine Sicherheit haben, dass wenn das da und da angelegt wird, dass diese Kriterien dann auch erfüllt werden. Sie nannten viel, was sich auf Bundesebene oder sogar auf europäischer Ebene abspielen müsste. Was tun Sie in der Zwischenzeit selbst? Naja, wir gucken natürlich, wir unterstützen die LBBW als einer, Land ist einer der großen Eigentümer mit über 40 Prozent, dass sie den jetzt begonnenen Weg weitergeht. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass sie auch unsere baden-württembergischen Unternehmen unterstützt, die eben auch über grüne Geldanlagen sich finanzieren wollen. Wir haben zum Beispiel auch die ENBW Baden-Württemberg, die auch einen Green Bond in Höhe von einer halben Milliarde emittiert hat, wovon fast 100 Prozent in den Ausbau der erneuerbaren Energien fließen. Also all das sind Punkte, wo wir tatsächlich auch als Land und als Eigentümer an Unternehmen viel erreichen können und da bleiben wir dran, klar. Herr Dr. Schäfer, was erwarten Sie vom Bund? Was machen Sie selbst? Das, was vom Bund zu erwarten ist, ist ja schon beschrieben. Auch als selbstbewusste Föderalisten muss man einfach sehen, außerhalb Deutschlands schauen die Beteiligten nicht erst auf die Bundesländer, das mag man bedauern, aber es wird zunächst mal auf das geschaut, was der Bund macht. Insofern muss er dort Trendsetter werden und nicht in der Rolle verharren, dass die Länder vorangehen und der Bund guckt, dass er das Tempo aufrechterhält. Also der Bund muss dort den Zahn zulegen und der Trendsetter an der Stelle werden und vielleicht trägt die heutige Veranstaltung und das nicht gehaltene Manuskript des Bundesfinanzministers ja am Ende dann auch in da ein Stückchen mit dazu bei. Wir werden unseren Green Bond im nächsten Jahr vorbereiten und gleichzeitig eine Reihe von Begleitmaßnahmen fortsetzen, die auf der Linie dessen sind, was wir gemacht haben. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben vor zehn Jahren begonnen, unsere Tätigkeit der Verwaltung klimaneutral zu gestalten. Wir haben die Hälfte des Weges zurückgelegt, werden im nächsten Jahr unsere gesamten Dienstreisen durch Zertifikate neutralisieren, wenn weiter investieren in Sanierung, energetische Sanierung unserer eigenen Gebäuden, den besonderen Schwerpunkt im Hochschulbereich. Also mit einer Vielzahl von Maßnahmen praktisches eigenes Tun und gleichzeitig unsere Kapitalmarktaktivitäten daran hängen. So und in der Zwischenzeit ist dann ein bisschen Zeit vergangen, damit der Bund mit Unterstützung des Beirates dann seiner Trendsetterrolle auch sozusagen entsprechen kann. Aber nun wissen wir, die Zeit drängt. Werden Sie nächstes Jahr einen Green Bond vorbereiten, wie Sie gerade sagten, oder wenn Sie einen begeben? Also wir werden ihn vorbereiten und wie weit wir dann genau kommen am Kapitalmarkt, da schauen wir dann mal aber der feste Vorsatz, ist ihn auch zu begeben. Herr Kupp, ist das das Ambitionsniveau, was wir brauchen, was Sie hier hören? Ja, ich habe das ja gerade eben schon gesagt, ich glaube, das stimmt, dass viel auf den Bund ankommt, aber ich glaube zum Beispiel bei der Diskussion, wie eine grüne Kapitalaufnahme vorbereitet werden kann, könnte man sich auch sehr viel stärker auf dem, an dem orientieren oder das unterstützen, was aus Brüssel kommt. Die Taxonomie ist ja eine Übersetzung in den Green Bond Standard. Den zu stützen, zu stärken, glaube ich, kann hilfreich sein. Auch insbesondere die ganzen Diskussionen aus Brüssel mal in die Praxis zu übersetzen und zu sehen, wie diese Dinge funktionieren können, weil zum Beispiel jetzt, ich möchte ja gar keine technische Diskussion starten, aber viel der Diskussion um die Taxonomie beschränkt sich darauf zu kritisieren, warum sie nicht geht und wie alles schlimm ist und schlecht und bevor Mund und so weiter. Aber ganz wenig aus Deutschland, das kann auch aus Bundeslinderebene kommen, kann auch mal ein Bild sein zu entwickeln, so kann eine Taxonomie funktionieren. Das ist der Anwendungscase. Sie kann momentan sehr stark für Projekte Fokus angewandt werden, aber auf einer Portfolioebene möglicherweise schwieriger. Das will ich jetzt gar nicht als eine Kritik an Brüssel verstanden wissen und als eine Aufforderung zu sagen, lass uns mal darüber nachdenken, wie ein solches Konstrukt in der Fläche, in der Breite funktionieren kann. Noch kurz zwei andere Stichwort, bevor der Stuhl zusammenbricht. Die eine Frage ist aus meiner Sicht zum Beispiel auch Förderbanken. Die KfW ist aufgerufen, zur Transformationsbank zu werden. Das kann man auch verzahnen über die Förderbanken in der Republik. Da gibt es am Ende auch die Frage der Mittelverteilung. Aufnahme ist ja eins, aber sich zu fragen, wie wird verteilt, wie wird das transparent gemacht, wie wird das jetzt auch nicht nur als eine Art von Transparenzschwert betrachtet, sondern auch als eine Chance zur Differenzierung, zur Etablierung eines Gesprächs zwischen dem Mittelaufnehmer, der Realwirtschaft und dem Mittelgeber, weil ich glaube, da krankt es auch dran, dass dieser Prozess sehr viel klarer verstanden wird miteinander. Was wäre Ihre Top-Priorität im Sinne von, wo Transformation finanziert werden müsste? Sie nannten eben schon einige Sektoren, neben denen, die im heutigen Klimapaket aufgenommen sind. Was wäre Ihr Number One Pick sozusagen, Ihre erste Wahl? Meine erste Wahl wäre erstmal, das nicht nur über Steuern zu finanzieren, sondern sich mal Gedanken zu machen, wie man das Finanzsystem da sich zur Nutze machen kann, weil am Ende wir eine ganze Menge Aufgaben haben, die jetzt gar nichts mit Klima zu tun haben, die, glaube ich, ganz sicherlich öffentlich finanziert werden müssen. Und wenn wir, so wie das Maßnahmenpaket und der Ansatz momentan gestaltet ist, das sehr eindeutig nur auf Steuern ablassen, aber das ganze System, was jetzt nicht an Kapitalknappheit krankt, nicht in Stellung bringen, nicht in sozusagen auch die Befähigung des Realwirtschaftsprozesses in Stellung bringen, dann ist da eine große Chance verpasst worden. Und letzter Satz, selbst wenn es funktionieren würde auf Steuerquellen, was ich nicht glaube, dass es tut, dann gibt es genügend Mittel im System, was sich seine Verwendung sucht und dementsprechend Infrastrukturen etabliert, die höchstwahrscheinlich nach heutigem Stand nicht den Nachhaltigkeits-Performance-Standards entsprechen, die wir bräuchten. Also ich glaube, das wäre jetzt mal unabhängig von einzelnen Sektoren, glaube ich, eine ganz zentrale Nachsteuerungsbaustelle. Ich würde gerne nochmal auf die Rolle des Bundes zu sprechen kommen, weil wir im Rat für nachhaltige Entwicklung, in dem ich auch die Freude habe, mitzuarbeiten, zu Beginn der letzten Amtszeit uns genau auf dieses Thema Sustainable Finance auch adressiert haben. Wir haben dort mehrere Thesen aufgestellt, die decken natürlich Sachen ab, wie ein Green Bond oder auch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Anlage. Aber das geht natürlich auch in die Haushaltspolitik rein und zum Beispiel auch in die Subventionspolitik, denn wir glauben, dass wir gerade durch solche Maßnahmen, durch ein gesamtes Bündel hier diese Vorbildfunktion des Bundes, die meines Erachtens zentral ist und bisher auch deutlich unterschätzt wird, sehr viel stärker zum Ausdruck bringen können und zwar nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern gerade auf der internationalen Ebene. Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, die geringe Verantwortung für Emissionen bzw. die hier messbaren Investitionen, die hängen natürlich auch stark von der Wertschöpfungskette ab, die sich ja verändert haben, sodass wir, denke ich mal, Verantwortung für Investitionen auch deutlich über dem hinaus haben, was hier in Deutschland an Emissionen zugeordnet wird. Aber ich glaube, diese Vorbildfunktion, die wir als Land haben, aber auch in den entsprechenden Gremien auf europäischer oder internationaler Ebene, dass die vom Bund noch sehr, sehr viel stärker gespielt werden müsste, als es bisher erfolgt. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und ich hoffe, dass die Ratspräsidentschaft da im nächsten Jahr auch nochmal einen Beitrag zu leisten wird, aber da ist noch Luft nach oben. Allerdings frage ich mich vor diesem Hintergrund, in der Tat, vielleicht bietet die Ratspräsidentschaft eine Chance, aber vor dem Hintergrund all dessen, was hier passiert, Herr Kopp, Sie referierten mehrmals an Brüssel. Es geht alles, es passiert so viel, so schnell um uns herum. Kann denn Deutschland hier überhaupt noch eine Führungsrolle einnehmen? Sei es von der Länder eben aus Richtung Bund, sei es der Bund. Können wir zusammen hier überhaupt noch eine Pioniersrolle einnehmen, nachdem wir andere Länder wie Frankreich, wie die Niederländer, mein Heimatwohnort, mein Wohnort der Wahl das schon vorgenommen haben? Ist es nicht vielleicht schon zu spät? Vielleicht ein erster, ich glaube, Pionierrolle ist was anderes als Führungsrolle. Und wenn man sich anschaut, was Deutschland für eine Realwirtschaft hat, dann ist es einfach eine Notwendigkeit dazu, eine Haltung einzunehmen und dadurch zwangsläufig ja schon eine gewisse Form von mindestens mal sehr sichtbarer Rolle zu haben. Ich glaube, Führung muss man nicht definieren darüber, dass man sich abgrenzt gegen andere. Und man muss auch nicht zwanghaft jetzt noch eins mehr machen als andere. Aber wenn das systematisch übersetzt wird, wenn es industrialisiert übersetzt wird in die Breite, das ist per se schon mal ein, wie ich finde, sehr führender und ambitionierter Anspruch, den andere eher nicht so haben. Unsere große Stärke hier am Platz ist die Verankerung des Finanzplatzes, des Finanzmarktes in der Realwirtschaft und umgekehrt. Wenn es einen Standort in Europa gibt, wo gerade das funktioniert in der Vergangenheit mit anderen Fragestellungen funktioniert hat, dann ist es in Deutschland. Die Chance müssen wir nutzen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir müssen nicht alles neu erfinden, aber das, was erfunden worden ist und wo wir sagen, das lohnt sich in die Praxis umzusetzen, da müssen wir unsere Möglichkeiten, unsere Marktmachten sowohl in der Realwirtschaft als auch am Kapitalmarkt nutzen, daraus etwas für die praktische Politik zu machen, woraus dann wieder andere sich abgucken können, dass das in einem hochindustrialisierten Hochlohnland funktionieren kann. Dann kommen andere vielleicht auch auf die Idee, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist. Vielleicht eine letzte Frage noch. Was brauchen Sie denn, um dies alles zu bewerkstelligen, auch von der regulatorischen Seite? Daher wir uns heute bei der Deutschen Bundesbank als Gastgeber befinden. Was brauchen Sie von den Aufsichtsbehörden, um dies alles noch hinzukriegen? Die Aufsichtsbehörden haben ja heute Frau Morda und Herr Weidmann ja beschrieben, wo sie ihre Rolle sehen und das finde ich auch, sie haben darauf zu schauen, welche Risiken entstehen aus dem, was sie zu beaufsichtigen haben, aus dem Finanzmarkt, aus dem Bankgeschäft und sind dann nicht in der Aufgabe, selbst durch eigene regulatorische Anwendungsentscheidungen sozusagen das zu promoten, Eigenkapitalerleichterungen für grüne Anlagen. Das ist nicht das Mittel der Wahlen, sondern die haben darauf zu gucken, wie die Risiken sind und das ist ihre Aufgabe und der Rest ist Rahmensetzung von Politik, Anreize zu liefern, in Anlagen zu gehen, aber am Ende Risikomanagement muss begrenzt sein auf das ökonomische Risiko, was berücksichtigt, was dahinter steckt. Aber jedenfalls nicht irgendwelche Rabatte für grüne Anleihen, weil dann wird es schief. Was bräuchten Sie, Frau Sitzmann, von der Regulatorik am dringendsten? Also ausgehend von der zu erwartenden, hoffentlich bald in aller Klarheit kommenden Taxonomie, muss natürlich die Regulatorik dann mit dem auch zusammenpassen, wenn unsere Banken entsprechend in Sustainable Finance investieren und das glaube ich ist keine banale Aufgabe, dass miteinander vernünftig zu verzahnen. Klar, die Risiken des Klimawandels sind angesprochen worden und damit auch die finanziellen Risiken, die damit verbunden sein können, aber ich glaube, es braucht danach dem Thema einheitliche Kriterien, Transparenz, Labels auch nochmal intensive Diskussionen, wie das jetzt bankenaufsichtsrechtlich und in der Regulatorik sich dann widerspiegeln kann und wird und das wäre dann der nächste Schritt, wenn die Dynamik des jetzt beginnenden Prozesses weiter so anhält, ist es ja vielleicht bald ganz oben auf der Agenda. Und zu guter Letzt, welche Hausaufgaben gibt NRW der Deutschen Bundesbank Consul ist mit? Also ich glaube, Fortsetzung dessen, was heute als Rollenbeschreibung genannt worden ist, da bin ich ausgesprochen glücklich darüber, dass Sie sehr klar gesagt haben, wir fühlen uns nicht als politischer Akteur auf der Bühne, sondern wir fühlen uns in der klassischen Rolle des Regulators, desjenigen, der auf die Risiken hinweist und das ist genau der Punkt. Das heißt, die Freiheit, die das auf der anderen Seite bringt, die müssen wir eben nutzen und ich kann nicht erkennen, dass es irgendwo im öffentlichen Bereich bisher bei Engagements daran gescheitert wäre, dass in dem Fall die Regulatorik Engagements vermieden hätte. Das ist nicht so, sondern da haben wir gerade über viele andere Dinge gesprochen. Insofern muss ich sagen, habe ich da keine besonderen Forderungen oder Wünsche. Im Gegenteil, die Zusammenarbeit läuft ausgesprochen gut. Ich denke, das können wir alle vier sagen, die ja mit der Bundesbank zusammen viel Gehirnschmalz darauf verwendet haben, das jetzt so hinzukriegen, wie wir das hingekriegt haben und deswegen Fortsetzung dieser Zusammenarbeit in der inhaltlichen Bereich und einfach wahrnehmen dessen, was der Gesetzgebungsauftrag ist bei der Regulatorik, das passt schon perfekt. Nun könnten wir uns, denke ich, noch sehr, sehr lange unterhalten. Allerdings möchte ich Sie auch nicht über die ursprüngliche Planung hinaus zu sehr strapazieren an diesem Morgen oder Mittag. Um ganz schnell abzuschließen, würde ich Sie bitten, ganz kurz, ganz konkret einen einminütigen Pitch pro Person, geben Sie uns eine wichtige Chance mit, die Sie sehen, die Sie ergreifen wollten, um eben die Hebelwirkung des Finanzsystems hinein in die Realpolitik, wie Frau Dr. Maudes ausführlich darlegte, um das zu aktivieren. Darf ich rechts anfangen? Herr Kopp. Weil wir jetzt hier Länderfinanzminister haben, ich glaube, ein Bund-Länder-Gipfel wäre eine sehr sinnvolle Veranstaltung zu der Frage Anlagekriterien, die nach vorne gerichtet sind, die nicht unbedingt nur passive Strukturen und Indizes, alles gut, aber nicht nur über Ausschluss funktionieren. In diesem Setting, glaube ich, das wäre eine sehr hilfreiche Veranstaltung für die Signalwirkung der öffentlichen Hand und der Konsistenz dort auch. Und da spielt natürlich auch die Bundesbank eine Rolle. Die Anlagestrategien. Herr Dr. Schäfer. Wir sind hier am Finanzplatz Frankfurt. Er hat sich nach der großen Krise als extrem wandlungsfähig, anpassungs- und leistungsfähig erwiesen. Wir kriegen auch das hin. Also Angebot auch weit über Frankfurt hinaus. Kommt hierher, wir kriegen das hin. Da gibt es nichts zuzufügen, Frau Sitzmann. Ja, da muss ich jetzt da noch für den Finanzplatz Stuttgart werben, oder wie ist es hier? Gibt es die noch? Ja, natürlich. Wächst und gedeiht und ist ganz vorne mit dabei. Vielleicht müssen wir uns mal in Stuttgart treffen demnächst, dann können wir uns da besichtigen. Bund-Länder-Gipfel finde ich einen hervorragenden Vorschlag, aber ich finde, ich wollte nochmal betonen, was ich vorhin gesagt habe, Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, das könnte ein nächster Schritt sein. Die 25 Milliarden, auch nachhaltig anzulegen und zu investieren und damit könnte die öffentliche Hand eine weitere Vorbildfunktion auch einnehmen und natürlich damit auch weiter Kapital für Nachhaltigkeitsziele generieren. Wiederum die Anlagen. Vielen Dank, Herr Lienenkämper. Ich will mal zum Thema, das oben an der Wand steht, zurückkommen, nachhaltige Finanzen, Game Changer. Dann ja, wenn wir die vielen Finanzbedarfe, die unsere Innovation, unsere Veränderung, die wir eben besprochen haben, mit sich bringt, betrachten ausdrücklich, ja, alle Beteiligten möglicherweise noch ein wenig enger, noch ein wenig synchronisierter daran zu arbeiten, dass das sowohl auf Seiten der Realwirtschaft als auch auf Seiten des Kapitalmarktes gut zusammenpasst, maßgeschneiderte Lösungen. Dann bin ich optimistisch, dass die Frage spätestens bei der übernächsten Veranstaltung mit einem großen Ja beantwortet werden kann. Eine gute Zusammenarbeit. Und zum Schluss, Herr Professor Bassmann. Ich fände es sehr schön, wenn das, was wir heute gesehen haben bei der Bundesbank, auch bei der BaFin, dass jede Institution für sich mal überlegt, wo können wir denn eigentlich aus unserer Perspektive noch was verändern. Ich sage mal, so eine Kleinigkeit wie ein Merkblatt der BaFin hat doch eine relativ große Welle geschlagen und ich glaube, dass es dort viele andere Institutionen noch gibt, wo genau sowas auch möglich ist. Jede für sich nochmal prüft, was ist möglich. Da beziehe ich uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewusst mit ein, weil wir genauso viel Mainstream haben, wie hier in Frankfurt immer noch da ist. Von daher glaube ich, wenn jeder da nochmal für sich guckt, was möglich ist, dann sind wir im nächsten Jahr einen deutlichen Schritt weiter.